Willkommen zu Oxlade Space, ich hab mich jetzt hier drüben. Wir waren aus dem Garten und ich hab keine... Ah! Einfach drauf? Die Nase, Alter! Als hast du Zug auf einen B-Ding, wo bist du da? Pro Leder-Peiche ruft Mr. Scrover herbei, der sein Innerstes mit seinem Feind teilt und ließ ihn damit komplett aus dem Kampf entfernen. Ruf Mr. Henke herbei, der Feinde mit Abwasser überspielt, so dass sie angewiedert sind und wieder nicht schnell wiederum Widerlichkeit schaden werde. Okay, nee, nee. Genau. Oh, Jesus Christ. What the f... You think we were too hot on him? What the f... was das, Alter? Das wäre der Schmiss, die Köpfe werden. Ah, ja. Nimm mir auch mal mit. Ach, Trank. Und du dann noch. Stärke, Trank. Ich hab jetzt auch... Ich hab nur was mit dieser Maus. So, jetzt. Und du den Kofs. Ähm... So, jetzt. Ich hab nur die Schuhe. Und du den Kofs. Ähm, so, zur Schule. Hallo, ich wäre da. Hör. Ich bin da. In der Schuhe. Oh, Joy, es ist Butthole, die Barbarin von den Dungeons des Dumbass. Du musst sagen, er sieht besser. Ja, er ist fast ein Gott. Being Gott ist nicht nur wie du dressierst, es ist ein Verständnis. Es ist Zeit für dich zu prüfen, dass du gegen die Verrückseite gehst. Ja! Es gibt ein großer PTA-Mitglied, gerade jetzt an der Community-Center. Du musst direkt in die Mitte des Mietings-Mitglieden und schnappen dieses Zeichen auf der Tisch. Ja, das wird deine Individualität prüfen. Geh auf, schnapp es! Und nicht zurück, bis du eine Bildung von diesem Zeichen hast, taped zu der PTA-Mitgliede. Warum? Okay. Mundekacke. Nervs, Alter. Und nicht wieder. Und jetzt sind sie so eine Verständnis. Dich sind sie mit deinem突. Dich sind sie mit deinem Behandlung. Geh auf, schnappen. Geh auf, schnappen. Geh auf, schnappen. Dich sind sie mit deinem Behandlung. also um die 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 Das ist nicht wahr, ich sage dir. Out of nowhere, diese große Taco Bell ist gegründet, und jetzt unsere Kinder missen Precious-School-Tide! Parents, we've been assured by the Builders that they are working to fix whatever problems they've encountered and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're going to see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Let's go! Come on! It's a waste of time. Fuck the Conformists! Why are they a good lay? Ooh. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't we screw it around in here! Da ist er sehr schlechter, aber da ist er schließlich meine Aufgabe. Hallo? Oh-oh. 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 Cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. I don't know what I'm doing. I don't know. You're going to touch the Well, I think I want to try it. Make your fart detonate behind me. I don't know what I'm doing. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. W-W-W-K-A- He's a끠-E-S- Oh, hey guys! Oh, hey Mr. Mackie. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackie over the corner there. Okay. Hey, did you guys hear that? Das ist so, wie ein Chipmunk. Very, very good. Now, use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. Got that? All right. Now go. Hey, hast du bitte. I don't know. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. One new report. Oh, my... This is haki. Mein Mann denkt noch immer, dass ich ihm toll bin, ist das zu glauben. Schatz, das ist ein öffentlicher Post, den kann ich da sehen. Gut, ich bin froh, dass es Haus ist, denn ich bin es leid, wie eine Gefangene zu leben. Ich mach meine Pinnenbeine wieder bei. Hey, ich mach meine Pinnenbeine wieder bei. Obwohl ich weiß, dass ich wieder bei der Spam bin. Oh, f*** dich, f*** dich. Ich schwöre. Okay. 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 Ich werde dir ein guter Preis. Noch alles in mir da. Na gut. Hmm. Alter! Alter! Äh! Nido! 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 Oh, boah, da haben wir schon mal weg! Das war ich nicht! War ich definitiv nicht! Komm, boah, das ist toll! Nido! Und ich komme da! Nicht da, wieder! Ich! Hush, hush! Nido! Nido! Ah! Nö, zu weit! Runter passt das runter! Ich muss noch mal sehen! Okay! Nö! 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 Was? Was? Wird nicht da? Hatte Geek es auch zu. Du hast so viel gemacht. Sehr viel! Oh! 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 Ich vermischte nur noch mal. Ähm. Los butters! Hau drauf! Toll! Warum kann ich nicht mehr als man machen, eigentlich? Oh! 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 Taste, 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 Taste. Oh, knapp. Nochmal Taste. Gott sei Dank. Ich dachte, ich verfehle. So, es ist ein Stand-Off. Nee, nochmal drauf. Da. Nee, okay. Na. Okay. Man, ich habe mich den nächsten Part. Und dann hat er. Tcha. Vielen Dank.